Hey, ich bin Johannes Blühen und komme aus Mainz. Besser gesagt Mainz-Ebersheim. Hier bin ich aufgewachsen und hier habe ich mein Leben auch so richtig kennengelernt. Sei es als Messdiener Pfarrgemeinderat, so hatte ich immer sehr viel Freude gehabt. Ja, und jetzt habe ich die Frage, wie Gemeindeleben in Schweden gestaltet wird. 1% Katholiken, ganz weite Räume. Wie kommen Menschen dort zum Glauben zusammen? Wie funktioniert Gemeindeleben dort vor Ort? Und das ist meine Frage und dieser Frage freue ich mich nachzugehen.